Liebe Schleswig-Holsteinerinnen und liebe Schleswig-Holsteiner, ich bedanke mich ganz herzlich für das gute Wahlergebnis und dass Sie mich erneut mit Ihrem Vertrauen ausgestattet haben, damit ich für Sie weiter im Europäischen Parlament in Brüssel und Straßburg arbeiten kann. Natürlich weiß ich auch, die Wahlbeteiligung hätte besser sein können. Da werden wir alle gemeinsam weiter daran arbeiten müssen, damit Europa sich immer stärker auch in den Köpfen und in den Herzen der Bürgerinnen und Bürger verankert. Ich bedanke mich aber auch gleichzeitig für so viele Anregungen, die im Zuge des Wahlkampfes und bei Gesprächen am Rande der Veranstaltungen mir zugetragen worden sind. Da gibt es noch vieles aufzuarbeiten. Ich freue mich auf eine spannende Zeit der nächsten fünf Jahre im Europäischen Parlament und wann immer Sie Anregungen oder Kritik haben, schicken Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie uns an. Herzlichen Dank.